In Rostock ist am Montag der mit 5.000 Euro dotierte Existenzgründerpreis der Ostsee-Zeitung verliehen worden. Rund 100 Gäste aus Wirtschaft und Politik feierten die Preisträger des Jahres 2014. Das ist schon der zwölfste Existenzgründerpreis. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie die Zeit vergeht. Und ja, er ist für die Ostsee-Zeitung für mich ganz besonders wichtig. Im Rahmen einer Gala wurden die drei besten Konzepte junger Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern geehrt. Den Hauptpreis rönten dabei Michael Knüppel und Ben Pötke mit ihrer Firma VoloCam ab. Die Idee haben sich vor zwei Jahren umgesetzt. Sie haben dabei den Mut und das Engagement bewiesen, dass die Leute schon mehrfach beschworen haben. Die zwei Rostocker filmen und fotografieren mit einer Kameradrohne und haben sich auf einzigartige Aufnahmen von Land und Leuten aus der Vogelperspektive spezialisiert. Mit ihrer Geschäftsidee setzten sie sich gegen 40 Mitbewerber durch. Überzeugt hat auch das Konzept von Christian Dirkner. Der 43-Jährige betreibt in Batoberan die Sommerrodelbahn. Für die Freizeitanlage wurde er von der Gründerpreisjury in der Kategorie Mut zur Selbstständigkeit ausgezeichnet. Ich wollte mich damals beruflich verändern und so ist es dann irgendwie gereift. Der dritte Preis ging an die Firma Moorwind aus Rostock. Auf der Gründerpreis-Gala hatten insgesamt acht Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Unternehmen zu präsentieren. So wurden neue Kontakte geknüpft und Ideen ausgetauscht. Weshalb der Preis so wichtig für die Region ist, erklärt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Und der Mut, gerade bei jungen Menschen, nimmt, kontinuierlich ab, sich selbstständig zu machen.